Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute 4 of the ArcNight Ticket und heute habe ich das Spiel ArcNights. Ich habe mir schon heruntergeladen, ich habe auch schon meinen alten Account wieder gesucht und gestartet, also wir können gleich loslegen und ich hoffe heute werden die Davies nicht so viel, weil heute ist es richtig warm draußen und bei mir in der Wohnung natürlich auch. Gut, dann geht es jetzt, denke ich mal, los. Server Terra 0. Level 2. Ja, okay, könnte passen. Oh, okay, könnte passen. Oh, okay. Okay, ich weiß nicht genau, was ich da jetzt machen muss. Okay. Ah, okay. Meine Zeit können sie nicht mehr arbeiten. Ich verstehe. Kann ich den denn da wegnehmen und da hinpacken? Okay, gut. Okay, gut. Das war's für heute. Oh, das habe ich alles weggemacht. Okay, ich denke mal, so muss das sein. Die machen hier eine Pause. Die arbeiten da oben. Gut. Ähm. Was ist das? Okay. Gut, gut, gut. Okay. Okay, Doktor. Überlegen, überlegen, überlegen. Da sind die Mission. Dailies. Aber schon zwei fertig. Eine Stage clear. Okay, Stage ist also eine Mission. Okay, öffnen wir erstmal die Rucksäcke. Fangen wir mit den Leichten an. Ein Highlight ist da drinne. Schauen wir mal. Wir wollen... was wollen wir denn haben? Sniper. Sniper. DPS. EUDP Recovery. Was ist ein DP Recovery? Starter, also ein preiswerter. Caster. Können wir nicht nur einen Starter nehmen? Okay. Story. Story. Okay. Okay. Ah, warum krieg ich den da oben noch nicht? Einen Brief habe ich gekriegt. Oder mehrere. Oh, nice. Schon wieder Mission fertig. Die sollen nach dem Namen sortiert werden, dann kann ich besser sehen, ob irgendeine doppelt ist. Also ich meine, ich hätte jetzt auf jeden Fall einen doppelten. Nein, doch nicht. War ja nicht die eine Heilerin, die ich schon hatte. Was fehlt hier? Hm. Dann weiß ich nicht. Ah, doch. Ja. Dadurch habe ich jetzt... den nächsten Level freigeschaltet. Das nächste Level von der Frau, wo ich die schon hatte. Und wenn ich die neu gekriegt hätte, wäre es auf Level 1, so wie die hier. Die werden wir jetzt mal aufleveln auf Level 5. Wo war das da? Okay. Also sie ist auf jeden Fall ein Tank. Würde ich sagen. Durch den Skillpunkt. Gut, gut, gut. Haben wir noch irgendwo schwache. Jetzt können wir ja mal nach Level sortieren. Ganz oben das stärkste. Ganz hinten die bei den schwächsten. Gut, alle mindestens Level 5. Jetzt habe ich hier die nächste Quest fertig. und... Part 2 ist noch nicht fertig. Schau mal. Die waren hier. Die habe ich schon nicht geschafft. Level 10. Ah, deswegen. Ich glaube, ich weiß wieder. Ich wollte erstmal die Leute noch aufleveln. Äh, wo waren die jetzt? Das ist die Helden. Das ist die Helden. Das ist die Helden. Doktor. Das waren die, ne? Ja. Genau. Äh, wo waren die? Wo waren die? Helden, Helden. Squads. Das waren die, ne? Ja. Genau. Okay. Ich muss auf jeden Fall meine Leute aufleveln. Und die nicht so weiter wischen. Das war ein Tank brauchen wir mal. Aufleveln. Dann haben wir die noch. Aufleveln. Muss ja, glaube ich, 10 Leute waren das. Aber was war ein Starter? Nicht, dass jetzt alle aufleveln und keine. Das hier sind, glaube ich, die Starter. Ich probiere eigentlich einfach, äh, jede, äh, nicht Rasse, jede Klasse. Einmal aufzuleveln. Dann ist doch immer ein Starter dabei. Jetzt haben wir die drei. Ein Heiler. Dann. Dann. Squad 1 Achso Okay Ich brauche kein Squad, äh, brauche ich schon gleich. Ich habe jetzt die 4 aufgelevelt. Auf 10, will ich den hier nehmen, ich brauche auf jeden Fall 2 Heiler gleich noch. Arigatoor. Eins. Ich glaube das war auch ein Heiler. Double Heal Regeneration. Okay. 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 Ich werde noch einen schönen Beispiel. Ich bin jetzt bereit. Ich bin jetzt bereit. Sechs passen noch rein. Was ist das? Okay. Einen Starter brauche ich noch. Ich meine, dass wir ein Starter hier diese... Als Fernkämpfer. Das ist ja die Waffe, Fernkämpfer. Das ist ja die Waffe, Fernseher. Das ist ja die Waffe, Fernseher. C? Heiler, Tink, Tink. Magier. Ach, das sind die Beschwörer, ne? Magkämpfer. Ich brauche ihn noch. Fernkämpfer. Danke. Ähm, Fernkämpfer. Einmal hier. Den anderen hier schon mal. Oder auch nicht. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Zwei Beschwörer, zwei Bogenschütze, zwei Tanks, ein Heiler, ein Magier und ein Nahkämpfer. Also ein Heiler und ein Magier und ein Nahkämpfer noch. Da habe ich von jeden zwei. Ach, das waren die Beschwörer. Genau, die kann diese Viecher beschwören. Was beschwört die dann? Da ist auf jeden Fall noch ein Heiler. Zweiter Heiler. Zeitbomenschütze sind die beiden. Keine Ahnung, was das war. Hm, zwei Tank. Noch ein Kämpfer. Nehmen wir die hier. Die sieht aber böse aus. Äh, was ist jetzt noch? Das Dreieck habe ich gar nicht. Das hier. Und das habe ich auch nicht. Schwertkämpfer haben wir. Magier haben wir. Magier. Tank. Komm, wir probieren mal das Dreieck. Die ist ja auch neu. Level-up. Level-up. A von MacLean, eine und hier. Ah, jetzt brauche ich zwei Level 20er. Habt ihr schon wieder zwei erschöpft bei mir? Gut, ich würde jetzt sagen, wir müssen wieder fünfmal sein. Ich wollte das, das ist doch nicht bereit. Ich habe es ein ... Ich werde das, das ist für mich. Ich bin ein bisschen zu, was ich? Ich bin einfach, was ich nicht. Ich bin ein bisschen zu, was ich mich nicht. Töne. Ich bin ein bisschen. Das ist so schön. Egal, da muss ich mich noch zurechtfinden. Jetzt kommt auf jeden Fall das hier, zwei starten, einen kann ich noch dazu holen, Level 3, Level 3, Level 3, hm, das Zeichen habe ich auch nicht, ach, Level 15. Und jetzt kommt auf jeden Fall. Und jetzt kommt auf jeden Fall. Ich verstehe. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Das kann doch nichts werden. Ja, ja. 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 Ich kann noch 8 hinsetzen. Ist aber auch komisch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 1, 2, 3, so. Nein, das bringt auch nichts. Ich habe die Blöcke noch nicht. Wie setzt man die am besten hin? Warum kann ich auch keine anderen reinsetzen? Schweinerei! Das muss so sein und der kann nur da sein. Ich habe ihn wieder auf ein Schwerpunkt, auch nicht. Das war die Werteilung. Ja, ich darf es nicht. Wie läuft es? Ich bin dann im Haufen. Das war die Werteilung. Okay. Da war ich vor allem ein bisschen langsam. Okay. 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 15, 26, oh, 26, und nehmen wir noch, skip, ja, interessante Story, aber keine Zeit für das Story. Jetzt erst da hinsetzen, okay. 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 Heiler 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 5 Stück kann ich setzen Noch 4 Nein Es sind zu viele Sie kann nicht alle aufhalten Ich kann alle die Ich habe noch vier Schilder. Noch vier Schilder habe ich. Ich habe noch vier Schilder. Ich habe noch vier Schilder. Ich habe noch vier Schilder. Okay, wieder da. Und wie sieht es aus? Noch acht Leute kommen. Doppelte Geschwindigkeit nehmen jetzt. Ach ja. Noch zwei Stück. Ach, das waren zwei, die noch gelebt haben. Wir haben jetzt schon zwei Stages gemacht. Oh, vier Missionen. Äh, vier Missionen. Ah, ich brauche noch zwei Stages. Gut, dann gehen wir mal. Ja, noch einer. Okay. Hier ist noch. Da. Jawohl. 15. Ich glaube, ich muss mal meine, mein Squad Team wieder verbessern. erstmal alles löschen. Jawohl. Wait. Squad Team. Ach so. Ah, warte mal. Okay. Ne, dann nicht. Wir nehmen jetzt die hier. Hä? Lassen erstmal auf Level 20. Ich nehme jetzt alle, die so ein Zeichen hier haben. Aber bei der muss ich nochmal auf Level 20. 15. Äh, jetzt haben wir noch. Weniger? Ja. 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 Okay. Als man auf Level 20. 15. Als man auf Level 20. 15. 15. Fünfzehn. Warte, nee, warte mal, mach mal. Zwanzig. Schaffe ich, ob alle bis zwanzig? Ah, ich glaube nicht, also machen wir erstmal alle auf fünfzehn, die hier noch auf fünfzehn. Level fünfzehn, nächste. Ah, die fällt mir eigentlich nicht ganz so gut, weil die beschwert Tiere, aber die Leute ran an den Tieren einfach vorbei, die bleiben nicht stehen. Aber ich wollte ja jetzt mit allen spielen, die dieses Zeichen hier haben. Also gehört sie dazu. Komm, mach mal keine Ausnahmen. Und wenn, ich brauch's ja nicht einsetzen. Aufleveln. Fünfzehn. Aufleveln. Ein Minus. Dann kommt die hier noch mit. Ach, erst auf Level. Okay. Ich glaube, einer war noch da gewesen. Was ist denn? Der hier. Ach, das war ich hier noch. Level fünfzehn. Oh, einschaffe ich noch. Noch zwei muss ich mitnehmen. Schauen wir mal. Wir haben hier ein Heiler, zwei Heiler. Okay, Heiler haben wir genug. Wir haben ein Tank. Und nur einen Bogenschützen. Also ich werde noch einen Tank und einen Bogenschützen mitnehmen. Nehmen wir die hier mit. Oder die haben wir auch noch nicht gehabt. Also habe ich bestimmt schon mal mitgespielt, nur ich weiß nicht mehr was sie macht. Okay, und aber wir nehmen nochmal die hier mit. Dann müssen wir ja eigentlich auch alle Zeichen haben. Das Schwert haben wir glaube ich mit. Das haben wir mit. Die beiden haben wir mit. Schwert, die, das, 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 das. Alles Hamed. Und das wird glaube ich auch noch mit Level fünfzehn reichen. Okay. 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 Mal was so. Gut. Mission vier haben wir fertig. Nice. Daily. Ich brauche noch zwei Stages. Part 2. 10. Starten. Ah. Nur vorgegebene Charaktere. Den einen da, den anderen da. Das wäre auch das, was ich sagen würde, was jetzt das sinnvollste wäre. Ah, okay. Hätte ich doch aufheben müssen. Hätte ich jetzt benutzen müssen. Ja. Ja. Hi. So. Dann machen wir nochmal. Jetzt geht's doch ein bisschen schneller. Ja. Bei dem muss ich was benutzen. noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Fürs clear. Mit dem ersten Versuch. Ich habe es vorher nicht nochmal gespielt. Nein, nein. Jetzt nehmen wir einen. Die hier nehmen wir mit. Level 50. Skipp, skipp, skipp. Die hier nehmen wir mit. 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 Und ich sagen sollst du dich auf uns. Oh, das ist das bei uns. Das ist das bei uns. ein heiler oh ich hab da um vergessen ich kann noch einsetzen ich möchte sie setzen ich muss heiler setzen ich nehme die mal wieder weg es ist schaff ich das noch Das war's dann natürlich. Ich freue mich noch. Das ist dein Geheimnis. Geheimnis. Geheimnis? Geheimnis! Das war's für heute. Doktor? Doktor? Ah. Ok, einer darf tue ich. Ah. Noch zwei Stück. Ah, schade. Ah. Noch zwei Stück. Ah, hier sind wir abgesteck. Jawohl. Haben wir geschafft. Und ich glaube noch eine Runde war es jetzt, ne? Eine Stage-Spreu, ne? Die haben wir auch schon. Oh, was ist das für ein Symbol? Sieht nicht lecker aus. Level 30, Level 50. Start mal. Skip, skip, skip. , was ich? Das war meine Überlegung. Das war's. Und ein Heiler muss noch hinsetzen. Ah, das dauert noch ein bisschen. Entschuldigung. Gut. Ich habe jetzt noch keinen mehr frei, also eine doppelte Geschlechtheit. Oh, da kommt der und von hinten. Oh, da kommt der und von hinten. Da kommen die letzten. Ich lasse den reinrennen. Dann lasse ich den in der Luft ja. BANG! Das sind die letzten drei. Nice. Ah, doppelte Geschwindigkeit. Normales Hochladen, alles benutzen, was man gut benutzen kann. Ich glaube, das ist dann auch schon die letzte Runde hier. Fünf Missionen fertig. Also tut mir leid, wenn es so laut ist. Wie gesagt, heute ist so warm. Da habe ich mir erlaubt, das Fenster aufzumachen. So viele Dailys habe ich gar nicht mehr. Da habe ich mir komplett ein Wort nach. Da habe ich mir komplett ein Wort nach. Acht Runden noch. Äh, noch zwei. Wird ja mal mehr. Ach, schon wieder zwei vorgegebene Leute. Eine vorgegebene Person. Ich schieße lieber nach vorne oder nach unten. Ich schieße lieber nach vorne oder nach unten. Da habe ich drei Felder. So habe ich zwei Felder mehr. Ah, so ist besser. Ska Saltik. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da habe ich mich. Das ist immer eine Ursache. Das ist immer eine Ursache. Dass ich mich schieße. Und dann habe ich mich zurück. Ich habe mich auf der Schlange. Ich habe mich irgendeine Weise. Ich habe mich, dass ich mich schützt, ok nur zum spotten dorthin gestellt auch besser cool ach wir nehmen heute hier mit 30 25 50 ach die haben wir auch schon mit gehabt nehmen wir jetzt die hier mit ja 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 Falls ein bisschen mehr kommen... Hier kommt der Denken... Da kommt der Heiler gleich noch rein... Ich muss jetzt mal den Jenten nehmen... Da kommt der Heiler gleich noch rein... Das war so. Geh! 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 Ja, die ist gleich da unten. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Nice! Das war doch eine schöne Taktik! Oh, fertig! Ah, da unten noch. Was muss ich noch hier machen? Defeat... Ah, 400 Leute! Okay. Leaders and Main Stories. Und das ist alles fertig machen. Ne, das war alles fertig machen. Okay, in Shop was kaufen. Operator, die haben wir. Ähm... Store, hier muss ich was kaufen. Aber nicht für Gold. Äh, nicht für Geld. Oh, Outfits kann ich mir kaufen. Gibt's nicht was Sinnvolleres für mich? 15 Marker zum Leveln. Auch 15. Ne, das sind die zum Leveln. Ach, der ist zum Abreißen, ne? Hm. Ein Gebäude kann ich mir noch nicht kaufen. Hier gibt's einen Charakter. Ich kann nur 300 haben. Okay. Kaufen war doch der. No. Perfekt. Okay. Nächste Daily fertig. Ich muss 400 Gegner verteidigen. Der ist halt, wieder. Oh, das ist ja. Ein Feld. Töter. Und das ist ja. Ich muss das einfach nicht wissen. Und das ist ja. Die Rückmeldung. Wie ist es? Na, wir können zum Abreißen. Die Rückmeldung. Die Rückmeldung. Die Rückmeldung. Die Rückmeldung. Die Rückmeldung. Die Rückmeldung. Hatte ich den nur auf eine Stunde stehen? Okay. Ah. Das war ja auch eine Quest. Ach, ich habe es fertig. Jo, das war es. Drei Stück brauche ich nicht fertig machen. Die sind alle jetzt gestunt. Okay, das ist gut. Dann bin ich ja fertig. Ja, eine Stunde, sieben Minuten. Lange Zeit. Okay. Ich sage mal, danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ah, Ticket noch rein. Aber gut. Ja. Und tschüss.